Heute haben wir eine richtige Fangruppe beinahe. Melitta ist auch da. Sieht ihr mit dem neuen DPG-Aero Action. Rudi Bernd, Peter, danke Melitta für deine Facebook-Freundschaft und Fußball-Freundschaft. Und da dürfen sie dann auch meine zwei Fans. Der Erwin und die Waltraud. Und heute sind wir alle schön beinahe. Danke. Wir sind die Rudis. Danke. Danke, Melitta. Danke, danke, danke. Heute fände ich bei Aero Action Rudi in Chachau.